Leute, Matthew und wir spielen weiter bei Legend of Zelda 1. So, schauen wir mal. Wo waren wir jetzt so stehen geblieben in den Raum hier, ne? Ne, in den nächsten. Bei den ganzen Mumien. Wieso wartet der jetzt nicht zurückgeschleudert? Die machen auch ziemlich viel Schaden, muss man ja sagen. Moment, ist da unten nicht eh eine Schlüsseltür gewesen? Weil ist das eine normale Tür? Ah ne, das muss ich eh aufsprengen, okay. Ich benutze viel zu selten den Bummerhagen. Macht das nämlich hier um einiges einfacher. Ich glaube, der nächste Raum ist nicht schön. Halt wegen denen hier. Ich will aber mal gerade was ausprobieren. Okay. Die sind gegen das Immun. Sind sie auch gegen Bombenimmun? Nö. Okay. Nicht gut. Zu viele Gegner auf einer Stelle. Ui. Was? Wieso? Ich hab doch... Ich hab doch nach unten ged... Äh, ne. Hab ich jetzt... Bin ich... Ich glaube, ich hab zur Seite gedrückt und der ist nach unten so rum. Oh, jetzt brauch ich wieder Bombenpaar. Ich hab doch... Schade, keine Bomben eigentlich. Okay. Nehmen wir das Ganze noch einmal. So einfach... Ach ne, es geht ja. Ui. Ui, ui, ui. Weil man nicht ausweichen kann, wenn man zugeschlagen hat. Ist ein bisschen dumm. Ich kann natürlich auch erst mal gucken, was hier oben noch ist. Dort Dongas. Blu-Pilz. Wow, haben die mich grad getroffen. Sollte ich hier den... Dings benutzen? Jetzt ist es völlig egal, ob ich den benutze oder nicht. War ich jetzt im Nebenraum schon mal? Ja. Okay. Ich glaube, da war nämlich die Map. Die Ritter gehen ja im Normalfall noch. Kommt aber aufs Kampffeld an. Ah, Kompass da hinten. Hinten ist also der Boss. Okay. Wer mich bestimmt auch nicht wann hinten wird oder so. Ui, ui, ui. Zuerst mal die... Die Kleingefahren ausschalten. Jetzt, wenn ich den Pumarang nehme und einfach damit mal auf die Gegner schieße. Natürlich, die können einfach auf Lava. Okay. Und noch viel. Danke. Wui. Stirb. Okay. Moment. Bevor ich da durch diese Tür gehe. I must check something. Okay. Schauen wir weiter. So, was haben wir hier? Mumien. Okay. 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 Hey, noch ein Schlüssel. Ah, hier geht's doch. Hier muss es jetzt aber eine Wand geben. Ui, ich komm durch die Treppe dann da hin. Ich komm durch die Treppe da vermute ich hin. Okay. Okay. Really? No. Ich geh einfach. Direkt weiter. Du, das Dumme ist nur, diesen Boss kann ich jetzt nicht besiegen. Weil mir dazu etwas wichtiges fehlt. Okay. Okay. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob wir das hier bekommen. Okay. Oh. Fuh, Fuh, Fuh. Hier sind sie also schon wieder gespawnt, okay. Ich muss an diesen Rittern vorbeikommen, das wird ein Spass. Okay. Ich habe erstmal ein paar Bomben. Das muss jetzt reichen. So, weil ich lasse ich getrost links liegen. Weil ich lasse ich auch stehen. Genauso wie ich euch stehen lasse. Ich hoffe, ich komme auch hier, ihr seid zurück durch den Gang. Oh, really? Oh, really? Oh, really? Es sind mir gerade ein paar viele auf dieser Fläche. Ich bin fast dafür, dass wir den Dungeon erstmal noch sein lassen. Der ist ein bisschen krass bei den Charmen, den ich einstecke. So, gibt es denn hier irgendwo noch was Interessantes, zum Beispiel mal Dungeon 2 oder so? Moment, was ist eigentlich hier? Auf jeden Fall schon mal schauen. Oh, oh. Okay, der Fall ist halt in die andere Richtung. Gehen wir mal in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob ich hier sein möchte. Ich war gerade nur etwas ungünstig positioniert, deswegen... Hui. Ein einziger Treffer. So, ich würde jetzt halt trotzdem gerne wissen, wo Tempel 2 ist. Okay. Da ist Tempel 2. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zu Tempel 2. Wir waren schon mal in der Nähe, könnte man sagen. So. Jetzt bin ich hier. Es wäre schön, wenn ich nicht in alles reinlaufen würde. Dann bin ich hier. Okay, machen wir das mal anders. Wir töten hier einmal alles und gehen uns noch mal heilen. Weil das Sinn macht und so. Nee, Moment, hier sind wir falsch. Bin ich denn da sonst immer hingekommen? Bin ich hier noch... Nee, hä? Ah nee, wegen dem halben Herzen jetzt nicht. Ach doch, hier bin ich doch richtig. Also so halb. Jetzt hier runter. Komm ich in den Gang hier, der ist... Moment. Ja, bei dem Gang komme ich dann... Ich muss wo oben lang. So, jetzt hier. Dann hier... Dann hier einmal runter. Ich möchte erstmal den Baum da brennen. Moment, klappt das mit der Facke gar nicht. Doch. Okay. Okay. Nein. 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 Tch. Ich denke nicht. Ja. Ich denke nicht, dass wir in Tempel 8 rein wollen. So, und zwar hier. Ich glaube, hier sind wir sogar schon mal gewesen und dann bin ich gestorben. Wenn ich so weiterspiele, werde ich so ja so sterben. Yay, Tempel 2. Den wir aber heute nicht mehr anfangen. Sorry, bis zum nächsten Mal. Tschü tschü.